Leute, der Pinguin ist auch so komisch mit Feuer. Und der Samurai hier leuchtet auch mit so Feuer. Oh mein Gott, wie krass sieht denn blocktisch aus. Wie geil sieht denn wieder hier der Boden aus. Und hier haben wir jetzt auch mal normale Spieler drin, Leute. Richtig geil. Hier haben wir jetzt auch eine kleine Herausforderung. Digger. Oh, schade, dass die Bälle nicht noch irgendwie in diesem komischen Minecraft-Steel sind. Irgendwie so viereckig oder so. Oh, ho, ho. Uuh, Bombardement sieht ja anders krass aus. Endlich neue Maps, bin go round. Laser Tracer. Okay, ich glaub, die sieht wild aus. Auf dem Boden, so schwarz. Und wie sehen jetzt die Laser aus? Bitte geil. Oh nein. Die Laser sind normal. Aber egal, wir haben wenigstens unten so schwarz. Das sieht halt schon wild aus. Man sieht damit auch die Laser viel besser. Uh, okay. Okay, okay. Öh, super. S決st halt auch so. Sieht wild aus. Untertitelung des ZDF, 2020